Und herzlich willkommen zu unserem ersten Minecraft-Battle in Felten vs. der Kurze. Wir, der Felten ist hier, direkt neben mir, wir haben uns jetzt ein kleines Battlespiel ausgedacht, dass wir eine gewisse Zeit, wir haben 10 Minuten Zeit, jetzt ein Gebäude zu bauen, in diesen ausgewählten Grundstücken. Die sind 15x15. Ja, hier bauen wir jetzt gleich 10 Minuten lang und dann dürft ihr entscheiden, welches das Beste ist und welches besser aussieht. Das könnt ihr dann in den Kommentaren reinschreiben, einfach den Namen Felten oder der Kurze. Und dann wird das zusammengerechnet und dann in der nächsten Folge wird das andere, das Verlierergebäude dann grausam zerstört vom Anderen. So, alles klar, das sind eigentlich die Regeln, man darf nicht rübergehen, man darf nicht Sachen zerstören vom Anderen und so ein Kram, aber man darf gehässig und böse sein, den ablenken, wie man nur kann und ja, genau. So, jetzt ist unser Startpunkt hier, der gelbe. Runterkommen. Ja, und dann sag ich, es geht los, Zeit läuft. So, jetzt habe ich mir erstmals schon so natürlich tagelang Gedanken gemacht, was ich hier baue. Puh, und ich bin aufgeregt gewesen, wie sonst was, ja. Also ich bin jetzt gerade schon aufgeregt. Ja, also ich... Also es ist der moderne Style auch, nicht irgendwie Mittelalter oder so. Modern, das hatte ich jetzt noch am Anfang kurz vergessen zu sagen. Es soll modern sein. So, dann bauen wir mal los. Ja. Jo. Ich bin schon mit Frejtich dabei. Wie man Felton wieder sieht, klassisch weiß. Wer nimmt dann heutzutage weiß, ja, für schöne Sachen. Nix da, ja, ich nehme hier schön. Das kommt schon noch, das Gute bei mir. Ja, 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 das Gute. Ja, das sehe ich. So, jetzt, also der Felton, der baut ja eher so ein bisschen extravagant. Braucht eigentlich immer ein bisschen mehr Zeit dafür. Also von daher wusste ich ja direkt, dass ich hier ein bisschen im Vorteil deiner bin, ja. War ja klar. So, ne. Ja, ich baue jetzt gerade in meinem Haus schon eine Tür. Ach, du baust schon eine Tür, also wirklich, ja. Das ist ja schon a la Cufani, ja. Wirklich weit bist du ja schon. So, Kinder. Ja, ja, ja. Kinder ist in der Schwan. So, Kinder ist. So. Ne, ich hoffe uns, äh, wir mussten es ja klischeehaft machen. Den Anfang, wir hoffen, das hat euch super gefallen. So, jetzt hier einen wunderschönen Außenbereich, wo man relaxen, chillen kann. Jetzt machen wir hier einen wunderschönen Pool, ja. Bauen wir hier. Zack, zack, zack. Mal ganz schnell im Pool rein. Zacki. Zacki, zacki. Perfekt. Ach, jetzt, komm, schau. Die scheiß Platten hier, ey. Ah, nee, komm. Nimm mal einen wunderschönen anderen Rand. Jetzt habe ich hier nur die Doppelstack-Platten-Scheiß drauf. Das dauert ja zu lange dauern, das jetzt rauszusuchen. Na, jetzt, komm, schooon. So, und die Zeit läuft. Wie viel haben wir? Wir haben jetzt eine Zeit. Acht Minuten noch. So, alles klar, Sophie. Ach so, ja, dann. Ja, jetzt, dann. Ja, also, sonst baut er eher so Randhäuser, ne. Wie ist jetzt nicht so. Baut er eher lieber so, alles klar. Zack, zack, zack. Bisschen Wasser rein. Oh, der erste Pool ist fertig. Wie sieht es bei dir schon aus? Ich gebe ab an meinen Co. Ich gebe ab an Felten. Wie sieht es bei dir aus? Na, ja, ein bisschen krabbelig, ne. Bisschen krabbelig? Oh, mei. Ne, ein bisschen krabbelig. Krabbelig. Ich baue schon gerade eine Treppe in der zweiten. Ja, in den zweiten Stock hier. Ja, wobei wir ja gesagt haben, es ist scheißegal, die inneren Richtung, weil acht Minuten sind echt wenig und für die Außenpassade. Ja, für dich reicht es acht Minuten. Für mich. Und ja, um dich fertig zu machen, ja. Das stimmt. Oh Gott. Bisschen niedrig hier, ne. Bisschen niedrig, ja, ja, ja. So, man muss ja jetzt auch ziemlich gut überlegen. Macht man ein zweites Stockwerk, macht man es nicht, ne. Und wie sieht der Ranz dann aus danach, ne? Ja, das ist immer so eine Sache hier mit dem. Mit dem? Moderne Häuser kann man jetzt auch nicht so detailliert bauen. Nicht? Naja. Warum baue ich mir in eine Richtung? Pass auf! Da siehst du schon an Felden, der verzweifelt schon, ja. Oh, ja, ich baue. Das wollte ich doch gar nicht bauen. Ach, egal. Oh, ich wollte das ein bisschen anders bauen. Ach, jetzt kommt es schon. Mir läuft schon Schweiß von deinem Axt. So, jetzt machen wir hier gerade das zu alles erst mal. So, scheiße. Das ist viel zu wenig Zeit. Meine Besse, ey. So. Alles klar. So. Topti-topti-tum. Topti-tum. Ja, bauen wir da noch was. Alles klar. Das lassen wir noch offen. Hier kommt ein wunderschöner Chill-Out-Bereich, wo man schön seine Cocktails genießen kann, natürlich, ja. Hier oben, ey. Das kann ich mir alles schon gut vorstellen. Wie ich hier oben schön Cocktails trinke auf mein Gewinnehaus, ja. So. Ich glaube, das habe ich auch nur tun, ey. Und weil ich natürlich nicht vom Felden hier geguckt werde, mache ich hier eine wunderschöne Mauer aus Holz, weil ich möchte ja nicht begafft werden von da drüben rüber. Dann machen wir hier noch so ein paar Sträucher zwischen, ne, weil der guckt ja immer schon gerne rüber. Das möchte ich ja alles gar nicht. So, jetzt geht es weiter. Jetzt geht es hier runter. Äh, äh. Ach, scheiße, wo sind die Blöcke? Kapsch, 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 kapsch. Da. So. Machen wir das so. So. Er möchte ja auch nicht beguckt werden hier von da drüben. Aber was noch zu sagen ist, wir gehen jetzt nur, ähm, vom Haus äußeren aus, also nicht hier von der Innenausrichtung, weil das in zehn Minuten doch ein bisschen zu viel ist dann wahrscheinlich. Ach, quatsch. Niemals. Ach, was jetzt. Ach, quatsch. Fuck, alter, vier Minuten. Scheiße, jemand, der leider. Oh, so schick. Bis ich schau, heißt auf einmal, ja, die Innenausrichtung kommen, die lassen wir jetzt mitzählen. Niemals, niemals, ich hab gar nicht die Scheiße auf die Innenausrichtung gestürmt. So, Leute. Also, wir bauen hier auf unseren RPG-Server gerade, ähm, schön. Also, RPG-Server, wir bauen halt auch RPG-Style, haben hier ein Gang-Server, ein eigenes Bauteam haben wir hier. Und, äh, da bauen wir auch ganz schön. Und der Felken ist so'n kleiner, äh, Mendeke, der auch baut. Kleiner, mittelalter Fanatiker. Ja, du oder ich? Beide. Wahrscheinlich. Beide! Beide! Ja, Mann! Beide! Oh Gott, so, ja, der Mr. Felden, der musste jetzt auch seinen geliebten Bruder leider verbannen aus dem Zimmer. Ganz verdankt, Alter, der kostet mich an. Noch mal, noch mal viele Grüße an den gewährten Bruder. Er weiß jetzt, was gemein ist, dass er rausgegangen ist. So, alles klar, jetzt machen wir noch so'ne Attica, machen wir jetzt hier noch. Aus dem Fenster raus, äh, aus der Tür raus und schon geht man in den Pool rein. Äh, gut. Abschuldigung. Oh, Pau. Naja, ich bau's jetzt mal so wirklich klischeehaft, auch das moderne Haus. Und das, was ich jetzt hier baue, ne, das soll die fette Hightech-Solaranlage sein. So, alles klar. Ist ja alles künstlich, äh, künstlich betrieben. Ja, nee. So, zack, zack. Ja, da muss man Dicken nehmen. Zack, 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 zack. Hier haben wir noch keine Fenster, aber ich mache Fenster hier noch rein. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Hier mache ich dann ein großes Fenster, wo die Treppe noch kommt später, die noch nicht vorhanden ist. Also bei mir wächst ja auch hier, grün Zeugs auf dem Dach, ja. Ja, 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 du mit deinem Gubzug auf dem Dach, alter. So. Scheiße. Ah, modern, schön alles hier grün. Das gefällt mir am besten. Je mehr Bäume und Gras, desto besser schaut's meiner Meinung nach aus. Ja, umso mehr du brauchen kannst, ist es auch besser, ne? Umso mehr du brauchen kannst. Umso mehr Gras, Gras, Gras. Wir haben noch zwei Minuten. Oh, scheiße. Scheiße, man. Da muss ich mich halt seit richtig hier anstrengen. Aber ich glaube... Komm schon. So wie die Bäume wachsen, kann ich jetzt nicht fühlen, ja? So, Leute. So, Alter. No! Nein! Guckt ihr den Baum an, Alter, Leute. So, das ist so gewollt. Das sieht ja mega episch jetzt aus, dass der extra so da drüber gewachsen ist. So, Leute. Jetzt fehlt mir hier noch eine Tür. Jetzt mag ich hier eine doppel... Gerade grün wachsen lassen. Nee, das wird ein bisschen besser... Tür, Tür, Tür. Ja, schreibe mal die Tür rein. Da kommt schon, da kommt die Tür, 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 Tür. Mach mal die schöne alte Holztür. Oh, alles klar, ist drin. Und wir haben noch eine Minute. So, jetzt geht's ins Endsport. Endsport, Endsport, Endsport. Oh, fuck, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, mach ich jetzt. Was? Was? So, haben wir jetzt. So, haben wir jetzt. Haben wir jetzt! Haben wir jetzt! Scheiße. Oh, oh. So, 40 Sekunden. Pass, pass. Äh, sehr fix. Scheiße, das ist schon... So, ich bin jetzt schon meiner Meinung nach fertig. Scheiße, scheiße! So, jetzt hat... Jetzt hat... Jetzt passt's. Jetzt bin ich da noch eine Fackel hin. Und da noch eine Fackel hin. Und sechs Sekunden noch! Scheiße! Und, bist schon fertig? Ach, du hast doch nicht mal ein Dach... Ach, scheiße, wir hast ein Dach! Fertig! Fertig! Aus! 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 Es ist aus! Es ist aus! Die Uhr klingelt, hört ihr es? Das ist meine solarfette Solaranlage, bitte, ja? So! So, Leute, fertig ist das Haus, ja? Ich habe noch nicht mal einen Boden in deinem Haus, ja? Hallo, bitte, brauchst du einen Boden, bitte? Hallo, wir haben gesagt, nicht in eine Richtung. So, meine lieben Herren und Damen, das ist jetzt unser tolles Ergebnis hier von diesen 10 Minuten Bauen und ich sehe, ich habe einfach ein Fenster vergessen. Hahaha! Hahaha! Scheiße! Ich will ja keine Fenster zu deiner Seite hin. Ich will ja nichts dafür. Aber es ist ja... Ja, Leute, etwa ernsthaft. Das hier dürft ihr... Also, wichtig, Fenster... Hier habt ihr gar keine Fenster! So, jetzt darf jeder den anderen mal kurz... Kurz kurz Werbung machen für den anderen. Also, ich fang mal an, ja? Ja, keine Fenster, Alter! Da unten eins. Wer will denn da unten eins drin haben? Hier voll der Strau vor. Das geht ja gar nicht. Hier, ich kann ja... Weißt du, wie dunkel das da drin ist? Vielleicht oben ein paar Oberlichter. Das bringt da gar nichts. Da hier irgendwie so gestrüppt drauf. Keine Ahnung, was das soll. Ähm, hier ein Balkon aus... Hallo, sind wir im Mittelalter oder so? Hallo, wir sind irgendwo der Moderne. Und hier der Briefkasten, Alter. Kannst du auch mal kreativer sein? So, ne? Die Innenrichtung tun wir jetzt gar nicht. Die zieht Geld gar nicht auch mit. Und hier... Alter, ne? Nee, also gar nicht so. Ja, jetzt darfst du deine Werbung für meinen machen. Viel Spaß. Sieh's bei deinem Haus hier. Also, ich möchte da nicht brennen wollen. Ich komme ja noch nicht mal oben rauf. Also, wir haben zwar gesagt, ja, die Innenrichtung zählt nicht mit, aber eine Treppe sollte doch sein, oder? Treppe ist Innen-Einrichtung, Leute. Also, ne? Nur außen, ne? Aber immerhin hat er im Gegensatz zu meinem Haus hier oben ein paar Solarzellen drauf, oder? Sind ja welche. Ja, das soll uns diese Solarenergie, weil wir ja nicht mehr wie du mit Kohlekraft arbeiten, ja? Ja, das ist modern. Kohlekraft ist so lebt, da will ich jetzt nicht. Ja, alles klar. So. Ja, liebe Leute. Das, äh... Dann nimm mal... Du musst beide in Großaufnahme mal nehmen, so, ne? So, Leute. Jetzt füllen wir nochmal in beide rum. Rum, rum. Nochmal kurz, weil füllen wir mal rum. Das ist für den sein, das nicht so schön ist. Und das, ach, geil. Einfach mal diese Bäume. Wie diese Bäume einfach hingestellt worden. Ja, ihr ist halt mal öffentlich, bin ihr. Ich ganz einfach meine Nachbarn rein. Das ist auch ein Swimming. Das ist auch ein Swimming. Das ist kein Pool. Das ist mein, äh, Whirlpool nämlich hier gerade. Dann sieht man hier dran, dass hier die Bläschen jetzt auch kommen, wenn ich da drin bin. Und, äh... Ja, wovon? Warte. So. Ja, also, hier habt ihr gesehen, da ist natürlich der Strudel gerade so immer so. Ja, alles klar. So. Was? Ja, wirklich. Also, Leute. Viel Spaß beim Abstimmen. Beim nächsten Video muss das andere dann glauben. So. Ihr könnt auch, ihr könnt auch reinschreiben die nächsten Größen und die nächsten Zeiten. Ja, also, umso größer natürlich das Grundstück sein soll, umso, äh, ein bisschen mehr Zeit braucht man. Ja. So. Ja. Okay. Und ich muss sagen, meine, weil für meine ist mit diesem Einfamilienhaus deinst ist für, weiß ich nicht, eine Person oder so. Keine Ahnung. Ja, meine, da kann eine ganze Familie wohnen. Ja, also, vielleicht. So. Das war's von uns. Das war Felsen versus der kurze Teil 1. Ähm, verwünschen euch. Viel Spaß. Ich hoffe, dass euch freuen hat, nach vorne. Ja, mei, mei, das ist eh das Beste. Von daher, Voten für der Kurze. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Also, Servus, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus und Herzlich Willkommen zu unserer ersten Let's Play Folge und das.